Hallo und Willkommen hier auf meinem YouTube-Kanal ausgewandert nach Polen. Heute ist es mal ein anderes Video, denn ich möchte euch eine super App einmal vorstellen. Ja, um was handelt es sich? Das seht ihr dann gleich mit der Erklärung nach meinem kurzen Intro. Übrigens, abonniert habt ihr schon und das Blöckchen gedrückt habt ihr auch. Ich kenne euch doch. Und vielleicht auch mal einen Daumen nach oben. Genau. Also, es geht gleich los nach meinem Intro. Ja, herzlich willkommen zurück. Ja, sobald ihr die App installiert habt, seht ihr, wie unten angezeigt, so ein kleines Logo. Dieses Logo kann eventuell abweichen. Ich habe mir die App auf meinem iPhone runtergeladen. Das ist also iOS. Bei euch auf Android-Handys könnte es eventuell anders aussehen. Nachdem ihr dann die App geöffnet habt, seht ihr solche Anzeige, wie bei mir zum Beispiel auf dem iPhone. Ihr könnt jetzt von oben nach unten rollen. iOS bzw. Android müsste dann von links nach rechts sein. Und ihr seht dann auch, grün heißt Angebote vorhanden. Rot heißt keine Angebote oder wirklich abgelaufene Angebote, die nur noch für den heutigen Tag zum Beispiel gültig sind. Und jetzt zeige ich euch einmal die Angebote, die bei Carifur, 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 wird immer wieder unterschiedlich ausgesprochen, hier in Polen offiziell gültig sind. Ich wünsche euch viel Spaß bei der kleinen Präsentation. Ich wünsche euch ein Augenblick. Ich wünsche euch ein paar G objectiv. Ich wünsche euch ein Augenblick. Du solltet euch nicht sehr, little ab, und du solltest euch und ich echte. Chiffre, wenn ihr euch auf der Leib der Karte zum Beispiel angeht. Ja. Ja. Ich wünsche euch die Aufmerdung über das Bild der Karte. Untertitelung. BR 2018